Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen auf meinem Die-Schmink-Fig-Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschalten habt, denn heute zeige ich mal ein Spezial für Männer. Ich habe nämlich gesehen, dass ein Viertel meiner Zuschauer Herren sind und dementsprechend dachte ich mir, mache ich mal was für euch, liebe Männer. Und deswegen gibt es heute die 10 grundlegenden Schönheitstipps für Männer. 1. Dusche mindestens einmal am Tag. 2. Rasiere dich täglich, weil niemand will so einen ungepflegten Mann, wo irgendwelche Bartstoppeln im Gesicht rumschwirren und dementsprechend rasiert euch bitte. 3. Wasche höchstens aller zwei Tage deine Haare. 4. Halte bitte unbedingt deine Augenbrauen in den Zaum, denn so ungepflegte Augenbrauen will niemand und zupf zumindest das hier in der Mitte weg. 5. Rasiere deine Nasen- und Ohrenhaare, denn das sieht echt nicht schön aus, wenn man da irgendwelche Haare sieht. 6. Schneide bitte regelmäßig deine Fingernägel, denn sonst sieht es total ungepflegt aus und das will niemand. 7. Putze mindestens zweimal täglich deine Zähne. Ich weiß, dass man das eigentlich nicht sagen muss, aber ich habe schon viele, viele Männer kennengelernt, die irgendwie diese Mundhygiene nicht ganz einhalten, deswegen bitte putzt unbedingt eure Zähne. 8. Zieh bitte unbedingt frische Unterwäsche und frische Socken an. Es bringt nichts, wenn du irgendwie eine Woche lang das gleiche anziehst, weil dadurch wird der Geruch nicht besser. 9. Benutze bitte unbedingt zumindest eine Feuchtigkeitscreme für dein Gesicht. 10. Bitte benutze jeden Tag Parfüm. So ihr lieben Männer, ich hoffe euch haben meine 10 grundlegenden Schönheitstipps für Männer gefallen. Wenn ja, dann gebt unbedingt einen Daumen hoch. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und sage Tschüss und bis bald. 10. 10. 10. 10. Vielen Dank.